Hallo, meine Lieben. Ihr hört gerade die anderen noch nicht, weil mein OBS ist nicht hundertprozentig. Ich mach das kurz on the fly. So, jetzt sind alle Einstellungen fein. Müssten fein sein. Hallihallo hallöle. Ich bin der Hamtaro. Und der Streamschlüssel von den Lieben G's Horror funktioniert nicht. Ich weiß auch warum. Ich glaub, ich hab zwei Leerzeilen da hinten gehabt. Egal. Egal. Dann übernimmst du. Mir ist es, wie gesagt, gleich. Aber wir sollten halt keine zu großen Lücken machen. Ja, wenn ich's noch einmal ausprobieren darf, würde ich's ausprobieren. Weil ich glaub, ich hab zwei Leerzeilen hinten gehabt. Aber wenn du übernehmen willst... Ja, wie gesagt, mir ist es halt gleich, aber... Ja, dann entscheid... Ich glaub, Punio wird böse, wenn wir zu viele Breaks haben, auch im Schneiden der Videos. Entscheidet ihr euch? Mir ist es egal. Ja, mir ist es auch egal. Sonst würde ich's nochmal ausprobieren. Die zwei Videos müsste er sonst halt löschen, wenn das bei mir jetzt nicht geklappt hätte.